Willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5. Wir spielen mittlerweile als Michael, haben noch die alten Klamotten an von letztem Mal und sind jetzt erstmal wieder zu Hause angelangt. Können wir uns vielleicht auch gleich mal direkt umziehen, ne? Aber erstmal gucken, jetzt hat das natürlich direkt den nächsten Missionsstart getriggert. Was hier jetzt überhaupt so passiert. Deine Unterstützung in meine schwierigen Zeiten, das bedeutet für mich. Ich unterstütze dich. Ich habe alles hier mit dir gelegt und immer noch der verrückte Mannschaft aufsteht. Ich werde das. Wie? Ich weiß nicht. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low-life whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said whoremongering asswipe. Hello Fabian, darling. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes, she's very center. A regular oasis of peace and tranquillity in this one. A girl with anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. You too. Please. Namaste. We practice. Miguel, join us please. No, please. No. No. Oh nein. Ach, das ist jetzt die Szene, in der wir mitmachen müssen. Okay, wir gönnen uns jetzt erstmal. Oh, das ist das. Wenn du mich so glücklich und glücklich wie meine Weine machen kannst, wird es ein Job gut gemacht. Wir sind alle auf unserer eigenen Reise, Miguel. Ja, keine Gefühle, warum ist sie ein Tank an ihrer? Was? 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 aber ich halte da ja auch in real life nicht so viel von aber wer weiß so runter wahrscheinlich oder nicht ach so hey wie mache ich das bewege wer ist die um an die angezeigte position und haltet dort drückleiter zum bla links her umzustellen ich begreif es nicht und was bewege wer ist der was passiert überhaupt nicht wer ist der rücke und die maus ach so ich muss runter okay also einfach nur maus runter und jetzt es eins und halte zum einatmen okay okay und jetzt was jetzt ach so aha okay die auseinander okay einatmen und jetzt oben und die maus nach unten rechts oder was oder links und die maus nach unten rechts ach so beides aha okay jetzt warte warte atmen atmen wie jetzt noch mal komplett von vorne oha okay erst mal beide beine runter okay so was was mein hier hat keine erleuchtung erlangt ja meine fesse erneut versuchen ja los komm okay ja los atmen okay so jetzt am auseinander 3 1 2 und jetzt ist 3 das war sehr erleuchtend boah das erleuchtend das ist nur ausgleich wie eben oder was kommt jetzt doch oh wow du fühlst das die emotionen inside lass es gehen was zur helfe okay okay 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 Wo war das erleuchtend? Ja, okay. Oh, ist das erleuchtend. Okay, wir probieren es. Oh Mann, ey. So, und jetzt? So. Hält es den Anus, ja. Ja, die funktionieren. Jetzt so. Und. Alles runter, oh shit. Oh, nochmal, okay. Eins. Zwei. Zwei. Okay, okay, drei. Zwei. 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 Ich habe einen neuen Fernseher. Oha, gut, dann geht's mal los hier, aber man kommt nicht auch so ein bisschen blöd vor, wenn man das so hier als Vater, den Sohn vom PC weg holt, weil er mit irgendwelchen Leuten spricht und selber spiele ich gerade alleine vorm PC sitzen, ein Computerspiel und spreche mit dem Bildschirm, das ist way, auch irgendwie nicht besser, ich habe nicht mal andere Leute, die mir direkt zuhören, ihr alle zwar so später ein paar Tage, aber direkt so spreche ich gerade eigentlich nur mit dem Bildschirm, yay Ich liebe dich, nicht? Ich liebe dich nicht, Jim. Wie viele Tage? Ich liebe dich. Du musst wirklich mit meinem Freund treffen? Ja, ich bin wirklich. Da ist er, der Freundliche Nachbargerin. Okay. Yo, Brumman, wie geht's? Wie geht's, Mann? Good to see you. Wie geht's dir? Wie geht's dir in die Kirche um zu bezahlen? Hey, wer ist das alte Mann? Das ist mein Vater. Oh, okay, Herr DeSanto. Ja, bist du der Typ, der jemals 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 jemals? Vielleicht. Komm, mach das, mach das und wir gehen. Oh, ja, du hast das andere? Oh, ja, ja, ja. Komm, Mann, was zur Hölle? Jimmy? Nur, warte mal kurz. Oh, okay, gut, später noch. Hey, lass uns rennen. Vorsichtig damit sein, okay. Wir rennen jetzt. Ist das, was wir tun? Jesus Christus. Geht's wieder zurück nach Hause, oder was jetzt? Oder wo geht's jetzt hin? Jetzt was? Können wir einfach zurück ins Haus, bitte? Das war irgendwie ein kurzer, kurzer Ausflug, ist ja irgendwie richtig dumm. Hä, passiert jetzt gleich irgendwie was? Ist jetzt Amanda ausgezogen in der Zwischenzeit, oder was? Okay, also war jetzt einfach nur irgendwie ein alkoholisches Getränk, oder? Keine Drogen noch da auch drin, oder? Oder, oder, oder? Was, 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 was in der Bett? Doch, eindeutig Drogen drin. Wollt grad sagen, was ist das jetzt hier? Und, ja, es sind Drogen drin. Ich versuche mich ein bisschen wusschen. Awww. Woh! Woah! 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 Woah, woah! 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 Die 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 dieゆ calm immer kann. Die äther rät. Ihr f****n sh**t. Also, ich brauche aus deinem Bank. Und ich warst du weg. Du bist leidisch, was du da? Was? Was ist das hier? lol what hey und der fährt einfach voll über meinen armen war es aber einfach nur schlecht vorhanden textversion her wie jetzt hauen alle ab oder was was jetzt what frau verlassen sohn weg was jetzt mit der tochter hast einen auch weil weil von dieser komischen fame weggeholt was jetzt los was mein gott oh mein gott oh mein gott was ist jetzt kommt wieder so eine schöne drogentrip aufgabe jau das sind doch die aliens von ja aliens what ich komme die kleinen die kleinen gebisse aus den großen gebissen raus das muss aber hartes durch gewesen sein ach so jetzt können wir fliegen auch gut ah ne wir fallen nur ok dachte wir können vielleicht fliegen aber fallen ist auch schön was ist eigentlich unser ziel oh 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 jetzt geht es aber verdammt nach runter ja gut ich ziehe natürlich gerade auch von nach unten aber trotzdem bin ich mal gespannt was passiert oh 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 und jetzt wir liegen einfach nur irgendwo rum auf grünland oder steine ne grünland ne ja grünland muss dann mal gleich noch übergeben ok können wir jetzt wieder normal nehmen wir sind irgendwie immer noch ziemlich ziemlich dicht so heilige scheiße können wir in den autofahren oder wäre das ein elendiges scheitern haben wir irgendeine waffe ja unsere waffen hätten wir also wenn es danach geht oh nein ach man da wollte ich einsteigen komm dann aber da lass mich 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 also ich will doch nur in irgendeines der autos hier rein mensch na gut nicht in irgendeines ich will natürlich schon in so eins hier rein ne ist ja klar oh das das geht ja gut dann braucht man nicht mehr so rausziehen achso das haus ist auch nur so mega nah dran ok dann ist das ja auch kein problem ich dachte wir müssen jetzt erst irgendwie drei kilometer dahin fahren ui der geht aber ganz schnapp der wagen ok jetzt beim autofahren leider nicht da fehlt wieder der grip aber eben wow ok und jetzt können wir vorne rein oder sollen wir hinten durchs haus rein oder was das aber niemand sonst ist mir da tochter weg sohn weg sohn weg du warst Ich bin ein nahes Freund, und dann Jimmy sagte, dass du einen Drogen in deinem Auto geholt hast, während du in deinem Auto geholt hast. Du hast mich entschieden. Du hast mir gesagt, dass du dich veränderst, und du hast noch nicht veränderst. Ich weiß, dass du immer, dass ich ein Film bin. Aber das ist nicht das. Ich denke, dass ich einen Verlager zu sprechen werde. Ich bin einfach wirklich verletzt. Bitte, nicht versuchen wir uns zu kontaktieren und versuchen, dich nicht zu töten. Amanda. Oh, damn. Damn, damn, damn. Gut, Mission bestanden. Yoga beruhigt. Naja. Oh, ganz andere Kleidung mal. So, verlassen von allen. Kommt jetzt noch ein Anruf oder so? Oder geht's jetzt einfach draußen weiter? Oh, 3.000 verloren? Wieso 3.000 verloren? What? Einfach 3.000 verloren. Was für eine Scheiße. Hä, was ist jetzt da? Ach, da können wir jetzt Yoga machen. Ach so, schon gut, weil es sagt aus wie so ein kleines Baby oder so, was hier rum sitzt. Irgendwie so ein kleines sitzendes Baby, aber das soll offensichtlich Yoga sein. Okay, tja, gut, jetzt habe ich leider keinen Überblick, wie lange die Folge ist. Ich habe den Timer leider vergessen. Ich gehe mal davon aus, dass die Folge jetzt dann soweit auch ist. Und wenn ja, dann verabschiede ich mich jetzt schon. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns wie immer morgen. Wenn die Folge dann doch noch zu kurz ist, dann hänge ich jetzt nochmal was hinterher. Ansonsten, tschüss! Ansonsten, tschüss! Ansonsten, tschüss! Vielen Dank.